Musik 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 Spieler Haben wir die Prostan hier? Nein Pvp oder wollt ihr ein bisschen angeregen? Farming oder Pvp Fack die Typen den ich grad töte Smartkauern Hau ihn tot So schnell, kommt 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 Die wollen uns verfolgen An sich nicht das Problem Aber Aber Man muss den ja nicht da immer bei dem Straßensperrenden gegen treten Hm, hier ist ein Spieler Wo? Bei mir da drüben Da drüben am Generator Hier Genau hier Guten Tag Guten Tag Ah es war bis einer Aber mit wem redet der denn? Da vorne ist noch einer Ja Oh, zwei mehr Die Wohin Wohin Ja Das war Wohin Wohin Das war ich noch nur das sind nicht liegen aber jacke schneller der krabbel so und von der straßensperreler weg einen noch just need one more please da vorne behind me is one coming straßensperre bleiben scheiße da ist noch einer aus der straßensperre war mal behinders hu okay ist der plan und weg jetzt aber Oh nein, wir haben Lexa getötet. Wie schlimmer wäre Kenny. Die geben wir gerade ab. Ich sehe das. Ready for trouble and so on. Hehehe. Yes. Oh, guten Tag. Der ist doch schon low. Direkt weghauen. Perfekt. Das erste Opfer direkt gefunden. Und guten Tag meine Freunde. Ich renne kurz rum. Ich bin aber gleich bei euch. Mach ihn weg. Die fallen wie die fliegen. Lulululul. Chalala. Oh ja, Schnitzeljagd. Das mag ich. Das wird nichts mein Freund. Das dauert zu lange. Alles gut. Du lernst. So versuchst du es beim nächsten Mal nicht nochmal. Ja, das können wir gleich nutzen und abgeben. Kann mir einer sagen, warum die abgeben wollten und wir nichts sehen von dem Loot? Das ist extrakt. Ja. Ja. Ja, da verlierst du ganz schön Winde davon. Ich wollte eigentlich darauf landen, aber... Ich wollte eigentlich darauf landen, aber... Da. Alles klar. Alles klar. Let's kill them. Naughty and dirty. Mit Fingers in the ears. Mit Fingers in the ears. Hey. Hallo! Teacher пом виде. Wir haben eine Grenade. Ha. mit mir mit mir mit mir mit mir mit mir schön das job let's try it again abgelaufen zwei zumindest die anderen sind in dem Haus drin oder? sind alle da vorne die wollen sich die Kiste schnappen der erste hier muss fallen mach mal den X6 hier wie der heißt fokus mal den X6 88 da ist er down ok da jetzt den Red Queen oder wie er heißt sehr gut so und jetzt genau der andere Xerda sonst irgendwas wo ist er denn? da sechst ihr alle noch auf Xerda der Steve oder wie der heißt? Heilung hier komm er slow slow sehr gut und jetzt noch der letzte Mensch der hält aber auch was raus ist das junger oh zeige jo ok jetzt sind wir immer die Babyplayers und rennen ein bisschen so reicht doch schon warte mal Rook Fick die Henne wir sind mal ein Abgabepunkt im Kämpfen ja wir kommen von hinten gerade an die ran ja wir kommen von hinten gerade an die ran komm der brennt der Zivi der Zivi Zivilstar oder wer heißt er ist fast down Heilung ist da der Zivilstar geht mit am schnellsten Heilung liegt Red ist fast down der Zivilstar wir kommen stev sehr gut das war ein Crit Headshot rein waren frei Just here for killing rogues, huh? Was hat er gesagt? Don't take other people's stuff again Let's go Let's go Er hat irgendwas gesagt, pass auf Warte, warte, warte Ach so, entweder rogues oder die wollen weg Nö, ich denke die wollen weg Ach habt ihr was aufsammeln können? Das wär schön Das freut mich Wenn die Kinder auch noch was zu spielen bekommen, dann ist das Zeit Ja One land is here coming Zieht euch mal ein bisschen zurück Dass wir die NPC so... Ah, einer ist da Einen Weg Naja, zwei stehen schon auf Spalier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Oh, alle aufs Tick. Ja, genau. Alles klar. Ich muss hier bleiben. Ich war kurz blind. Ich habe nicht genau gesehen, wo ich gelaufen bin. Und dann stand ich auf einmal an drei Leuten drin. Die benutzen gerade meine einzige Schwachstelle außen. So schnell wiederkommen. Wir haben nicht viel Zeit. Erstmal zurück. Wir sind beim Startpunkt. Ah, ihr seid tot. Ja, ja, aber trotzdem. Wir kommen doch. Wir sind wieder da. Wir kommen. Ich haue gleich eine Ulti, wenn ihr zu mir kommt. Warte, 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 warte. Heilung. Komm, Xer, der ist tief hier. Oh, irgendwer steht in meinem Weg. He's roaming. Nächsten. Ziviltaucher. Heilung liegt. Alle weg. Weiß nicht. Ja, sehr gut. Schön gemacht. Hab gut durchgehalten. Alles gut, da hinten kommen wir ja gar nicht lang. Wie wirkt, guys? Sehr cool. Können wir dir nochmal eine Abreibung verschaffen? So ist es jetzt nicht. Gut, seid ihr soweit vorbereitet? Ja. Okay. 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 Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Bringt ihr ja nichts. Wo ist er, der? Bei Diko. 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 Weiß, wir sind getrennt. Einer ist weg. Nee, doch nicht. Oh, war der denn jetzt die Heilung hergekriegt so schnell? Be Rossi bitte zuerst hier hinten. Wer auch immer hier noch bei mir hinten ist. Sehr gut. Oh, scheiße. Wo sind die anderen? Weg. Okay, habt ihr alle Männer? Gut, dann. Ja, ja. Wurden wir vielleicht mal weg hier oder so? Ja, lass uns runterlaufen. Ach, da ist der einzelne Spieler gewesen, ja? Da oben haben wir wieder... Oh, Munition ist drin. Der ist kaputt. Und hier ist noch frei. Wir können durch. Echte Seite ist komplett frei. Wir können durchwaschen. Einer, Death. I need Signature. was ist denn das wieso ich wollte die kiste genommen und nicht die ja Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mein Gott, Alter, kann der nicht normal atmen, der Typ. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.